Der Kinocast Hallo und willkommen hier im Horror-Oktober zum Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, schöne Grüße auch von mir. Hier ist der Erik. Hallo Erik. Hallo. Hallo Erik. Wir sind alle komplett hier angetreten und haben euch Filme mitgebracht. Natürlich, ich werde jetzt beinahe gesagt pünktlich zum Horror-Oktober, aber eigentlich lief der Film schon im September in der Sneak. Aber die Innenstadtkinos, die haben das geschickt getimt, weil die wissen natürlich, wann wir aufnehmen. Und dann hat es natürlich gepasst. Hatten den Film Smile in der Sneak Preview. Deutscher Zusatztitel. Siehst du es auch? Auch. Und genau, den habe ich gesehen. Darüber werde ich nachher gleich berichten, ja. Dann im Heimkino gab es Gunpowder Milchshake, Blond. Ist das nicht hier einer der Amas als Marilyn Monroe oder so? Ja. Der kam jetzt erst raus, ja. Gleich geguckt. Ja, natürlich. Aber den anderen hast du noch nicht geguckt. Den mit Ben Affleck, glaube ich, hier. Doch, den habe ich auch. Den habe ich nachgeholt. Ah, okay. Nightmare Alley habe ich mal nachgeholt. Hätte ich eigentlich schon bei den Oscars gucken müssen, weil der war nominiert. Aber ich habe das ein bisschen vor mir hergeschoben, weil das ja von Guillermo del Toro ist, der vorher diesen Film gehabt hat, wo die Frau den Fisch gebumst hat. Und da hatte ich ein bisschen Bedenken. Der Chris hat noch geguckt. Greatest Beer Run Ever. Da bin ich sehr gespannt, was es ist. Und ich habe noch The Contractor, aber ich glaube, der wird wieder hinten runterfallen. Ich glaube, so wichtig ist der auch nicht. Vielleicht mache ich es ganz kurz. Eine Serie. 60 Sekunden für The Contractor. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn ich überhaupt noch so viel Story zusammenbringe. Dann gibt es noch bei den Serien Memorial Hospital, die Tage nach Hurricane Katrina. Das klingt nach einer Doku-Serie, würde ich mal sagen. Nee, ist keine Doku. Das ist eine Serie. Okay, sehr gespannt. Okay, fangen wir mal an. Luft holen. Smile. Siehst du es auch? Der Satz fällt natürlich mal. Der fällt, glaube ich, sogar im Trailer, weil die Frau fragt das dann diverse Male. Die Frau, gespielt von Sosie Bacon, die spielt die Hauptrolle. Sie spielt eine Psychiaterin in so einem größeren Krankenhaus in den USA. Und eines Tages, oder sie hat da so diverse kuriose Patienten. Der eine, der prappelt die ganze Zeit so was vor sich hin. Und so was ist ja eh schon immer ein bisschen gruselig, wenn da so Leute so völlig neben sich stehen und da irgendwas vor sich hin erzählen. Das klingt, fühlt sich immer so ein bisschen an, als wären die besessen. Aber der Erste, der hat irgendwie, ja, nur eine ganz, in Anführungszeichen, normale psychische Störung. Während die andere Patientin, die dann eingeliefert wird bei ihr, die völlig am Rad gedreht hat, mal in der Stadt, ja, die wird quasi fixiert, eingeliefert und ist dann bei ihr in so einem, ja, in so einem, ich würde mal sagen, so ein Kennenlernzimmer ist das, wo die, also es ist nicht so ein, so ein enges Beratungszimmer, sondern irgendwie so ein bisschen was Größeres. Und da macht sie dann die Tür auf und da steht sie dann plötzlich in der Ecke, diese Frau, und das ist schon mal sehr, sehr komisch und sie ist völlig mit den Nerven am Ende und sagt dann, dass sie Dinge sieht, die, die keiner anderes sonst sieht und dieses Wesen, diese Entität, die will von ihr, dass sie Sachen macht und diese Entität, die verwandelt sich auch teilweise in Personen. Zum Beispiel hat die sich in ihre verstorbene Mutter, glaube ich, verwandelt und dann mit ihr geredet oder mit ihrem verstorbenen Vater und sowas und sie ist da völlig, völlig am Ende und dann, ja, kommt es dann auch zu einer krassen Situation, die man auch schon im Trailer sieht, nämlich, dass sie sich vor den Augen der Psychiaterin das Leben nimmt und dann ist natürlich polizeiliche Ermittlungen und was ist da passiert und die Psychiaterin ist natürlich auch ein bisschen fertig und ist dann zu Hause und irgendwann merkt die Psychiaterin dann auch, irgendwas ist komisch jetzt bei ihr auch, also sie kann dem, was sie sieht, auch nicht mehr so ganz vertrauen, da spielen sich komische Sachen ab, sie hat manchmal so eine Art Déjà-vu, wo sie irgendwelche Dinge nochmal sieht oder irgendwie komisch sieht, die andere Leute nicht so sehen und ja, nach und nach, das, was ja auch schon im Trailer so ein bisschen deutlich wird, wird dann klar, dass wohl diese Patientin, die sie hatte, die sich vor ihren Augen das Leben genommen hat, dass die von etwas besessen war, was dann auf die Psychiaterin übergegangen ist und die Psychiaterin, die forscht dann halt auch noch ein bisschen weiter nach, sie hat einen Ex-Freund, der bei der Polizei arbeitet und sie stellen dann fest, dass es wohl mehrere solche Fälle gegeben hat von solchen Selbstmorden, wo dann immer jemand in der Nähe auch war, auf den das dann übergegangen ist, der sich dann selber umgebracht hat und sie stellen dann auch fest, dass sie wenig Zeit hat, um rauszufinden, was sie dagegen tun kann und es gibt eine Person in dieser ganzen Historie von Selbstmorden und Mordfällen, bei dem ist das nicht so gewesen, das heißt, er hat sich nicht selber umgebracht, allerdings hat er selber da was getan, was ja, ich will es mal nicht spoilern, also er hat selber was sehr Kurioses gemacht oder was Unerwartetes gemacht und das scheint wohl die einzige Lösung zu sein, diesem Dämon zu entgehen und mittlerweile während dieser Ermittlungen in diesem Bereich manifestiert sich dieser Dämon bei der Psychiaterin auch immer mehr, das heißt, sie hat auch ganz wilde Sequenzen, wo sie Sachen sieht, die nicht da sind und die aber sehr real sind und ja, ich gehe jetzt auch schon mal ein bisschen, weil ich jetzt nicht weiter spoilern will, ich gehe jetzt auch schon mal ein bisschen in die Kritik über, weil ich hatte es auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich habe es auch schon viele Horrorfilme gesehen, aber der hat mich echt an einigen Stellen heftigst gepackt, zum einen, also am Anfang waren sehr viele von diesen Schocksequenzen, wo einfach alles ruhig ist und dann plötzlich BAM, passiert irgendwas, so ganz heftig, so, das kennt man ja von Billig-Horror-Filmchen, ne, okay, aber dann, Jump-Scares, ja, so Jump-Scares, genau, Klassik halt, aber dann ändert sich das nach und nach, das heißt, das wird immer weniger und immer weniger und es ist vielmehr dieser Psycho-Horror, das heißt, wir erleben ja mit ihr diese ganze Sache und wir haben eigentlich den gleichen Wissensstand, den sie hat und das finde ich ja bei Filmen sowieso immer sehr spannend, wenn wir genauso viel wissen wie der Hauptprotagonist oder die Hauptprotagonistin und nicht jetzt das Gefühl haben, okay, da hätte sie jetzt das und das machen können, weil wir wissen ja, dass das so und so ist, sondern wir wissen eigentlich genauso viel wie sie und ermitteln mit ihr mit und sie bekommt ja dann Informationen und dann denkt man sich so, okay, ich würde jetzt dies oder das machen und ja, sie macht dann auch was und dann denkt sie, ja, okay, hätte ich vielleicht auch gemacht und so und dann passieren halt auch Sachen, dass sie Dinge sieht, die uns als Zuschauer natürlich auch total real vorkommen, wo man dann feststellt, okay, das wird jetzt irgendwie weird, irgendwie kann das nicht sein, dass das da ist gerade, was sie sieht und und diese diese zusätzliche Psycho-Ebene, die da drin war, die hat mich echt gepackt an vielen Stellen, das war echt heftig. Es sind natürlich auch viele Leute rausgegangen, klar, also zum einen ganz am Anfang, als so die erste Horrorszene war, wo die Frau sich umbringt, da haben gleich manche gesagt, okay, that's it, ich gehe dann mal, weil das war echt drastisch, also im Trailer sieht man das nur angedeutet, aber im Film war das echt drastisch. Aber dann gab es nochmal so einen zweiten Schwapp von Leuten, die dann gegangen sind, als das wirklich so extrem auf diese Psycho-Ebene gegangen ist, wo man dem nicht mehr trauen konnte, was man sieht. Wir haben halt mit ihr zusammen ermittelt, Fakten ermittelt, aber trotzdem sind halt immer Sachen passiert, wo man sagt, okay, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht und so. Sie hat mit Leuten gesprochen, die vielleicht nicht da sind oder die nicht sich selbst sind oder und das war echt, das hat mich echt gepackt an der Stelle und es hat sich häufig angefühlt wie so ein Blumhouse-Film, die mag ich ja eigentlich sehr, die nicht so überkandidelt, horrormäßig sind, sondern irgendwie so voll in die Fresse, einfach so straight, so Horrorfilme. Es war aber kein Blumhouse-Film, sondern es war, glaube ich, war das Warner oder so? Es war irgendwie eine, nee, Paramount stand da, Paramount und ja, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr krass angefühlt. Also ihren Chef, den kann ich auch noch erwähnen, der Darsteller ist Cal Penn, den könnte man kennen aus diesen Filmen hier, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wo sie nach White, wie heißt das im Deutschen, Go to White, White Palace oder so, wo die den Burger wollen. Ach, diese zwei Filme. Keine Ahnung. Go to White Castle, nee, White Castle, warte mal, ich muss mal kurz den Namen schauen hier. Ach, der ganz bekannte Film. Ach ja, Harold and Kumar, Go to White Castle. Ach Gott. Ach, gute Güte. Jetzt ist doch nicht Harold and Kumar da rum. Genau, und Cal Penn, also nicht der Asiate von Harold and Kumar, sondern eben Kumar, der spielt den Chef von ihr, von dem Krankenhaus, der dann auch merkt, irgendwas stimmt nicht mit der und sie macht hier komische Sachen und ja, also im Rahmen des Horror-Oktobers fand ich den echt empfehlenswert, den Film, weil der hat mich wirklich gepackt. Also wer auch vielleicht viele Horrorfilme sieht und gesehen hat schon und denkt, er hat schon alles gesehen und irgendwie kann er nichts mehr schocken, der kann sich ruhig mal diesen Film geben. Natürlich ist auch noch dieser zusätzliche Kino-Effekt, nenne ich es mal, weil im Kino, da kannst du halt einfach nicht entfliehen, ja, da kannst du nicht mal nebenbei irgendwo mal Pause drücken oder mal irgendwie mal rausgehen, zur Sicherheit, wenn es ganz furchtbar wird oder mal vorspulen oder irgendwas, sondern du bist halt da und guckst das halt jetzt an, was da passiert und kannst nicht ausweichen und das natürlich in dem dunklen Raum mit anderen Leuten, die um dich rum erschrecken, das ist natürlich dieser gruppendynamische Effekt. Deswegen, also der Film ist ja jetzt, glaube ich, schon gestartet am vergangenen Donnerstag, wenn ich die Kino-Starts der vergangenen Woche richtig in Erinnerung habe. Deswegen, ziemliche Empfehlung von mir, wer Horrorfilme mag und gerade jetzt, wo die Tage etwas düsterer werden und der Horror-Oktober beginnt, ist das ein echt guter Auftakt für den Horror-Oktober und der bekommt von mir und der Gruppe habe ich noch nichts gegeben. Ich gebe mal 7,5 im Bereich Horror, weil der hat mich wirklich gepackt und das können wenige Horrorfilme. Ist zwar jetzt, wird jetzt nicht einer von meinen Lieblings-Horrorfilmen werden, aber ich glaube, ich werde ihn noch ein, zwei Mal irgendwie gucken. Ich glaube, wenn man den das zweite Mal schaut, wird er ein bisschen verlieren, weil man dann schon einiges weiß, weil da passieren ein paar Sachen drin, wo man denkt, oh, what the fuck und so. Aber fürs erste Mal sehen und gerade jetzt ins Kino unbedingt reingehen, Horrorfilm-Fans, Smile. Hat gerade jemand von euch die Gruppe zufällig offen und kann mal sagen, was so die anderen, wo der Schnitt lag? Ich müsste gucken. Also wir haben zehn Punkte, neun Punkte, acht Punkte. Acht Punkte wurden, glaube ich, zweimal gegeben. Warte mal, ich klicke auch noch mal acht, weil ich liege jetzt bei 7,5. Jetzt hat sich es noch verschoben. Einer hat fünf Punkte gegeben und das war's. Also ab fünf aufwärts. Okay, da haben wahrscheinlich die nicht abgestimmt, die rausgegangen sind. Schätze ich mal. Weil, ja, okay, wenn wir einmal in der Gruppe sind, wie lautet denn der Tipp für morgen und was sind da so die Hinweise? Der Tipp lautet, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und sind zwei Tipps eingegangen. Einmal von dir, Erik, der Passfälscher und der Marco tippt Halloween Ends. Ja, das könnte, ich habe ja das, ja, wer nicht, also das Zitat heißt ja, glaube ich, eigentlich, wer nicht, wer nicht kämpft, kann verlieren. Ne, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren, ist ja das Zitat. War das nicht Berthold Precht oder so? Deswegen war ich so ein bisschen, deswegen war ich so ein bisschen beim Thema Zweiter Weltkrieg irgendwie Widerstand und deswegen bin ich bei den Passfälschern gelandet, aber natürlich könnte auch passen, würde das Zitat natürlich auch bei Halloween Ends passen, also wer nicht kämpft, hat schon verloren. Könnte natürlich auch sein, ja. Wer weiß, aber ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, jetzt Halloween Ends, das ist ja quasi so eine, wie so eine kleine Trilogie. Ich habe ja die vorhergehenden zwei auch gesehen aus, ja, weil ich die mag eigentlich so, aber ich fand die nicht so besonders. Ich hoffe jetzt mal wenigstens, dass der, dass der dritte Film aus dieser Trilogie einen guten Abschluss findet, aber ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt den dritten Film jetzt zeigen sollten. Ja, da fehlt ja doch ein bisschen das Wissen, weil es sind neue Personen eingeführt worden in dieser Trilogie. Naja, aber wer weiß, würde natürlich aber zum Horror Oktober passen, wer weiß. Wer weiß. Okay, jetzt schauen wir doch mal, ob es Smile schon in die Charts geschafft hat und was so Neues anläuft. Kino-Charts und Neustart. So, Top 5 in Stuttgarter Innenstadtkinos ist Avatar, die Wiederaufführung. Ja, wo es 5 Minuten, wo es ein Avatar 2 zu sehen gibt, gibt es. Nein, muss ich nicht sehen. Habe ich gehört und das soll unfassbar toll sein mit der Unterwasserwelt, die ist unfassbar, wahnsinnig, mega übertrieben gut. Keine Ahnung. Platz 4 Ja, die Schlümpfe auf großem Tauchgang. Platz 4 Gesang der Flucht, Gesang der Flucht, 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 der Flusskrebse, Komma der, also der Gesang der Flusskrebse, was soll ich, Fluchtkrebse. Komm, lass mal schnell weitermachen. Don't worry, darling, ist hier, ist hier auf Platz 3. Ticket ins Paradies auf Platz 2. Und Platz 1, oh, doch nicht Smile, Die Schule der magischen Tiere, Teil 2. Nein, nein, Schule der magischen Tiere, 2, kommand die. Ja, aber wir müssen das schon ordentlich vorlesen hier. Was startet denn so Neues hier? Wo ist denn eigentlich mein Tappen? Den verschiebt es immer. In einem Land, das es nicht mehr gibt, startet am 6.10. Drama um eine junge Frau in Ost-Berlin, die zu DDR-Zeiten zufällig als Model entdeckt wird und eine Chance für ihre kreative Freiheit entdeckt. Okay. Ja. Ja, The Woman King oder The Women King? Woman King. Historisches Biopic über ein weibliches Kampfregiment in einem afrikanischen Königreich. Hm. Habt ihr da schon was davon gesehen? Ich hab da schon so... Ich hab einen Trailer gesehen. Ja, du hast, glaube ich, einen Trailer rumgeschickt auch. Ja, ich weiß nicht. Also ich hab auf jeden Fall den Trailer gesehen. Ich wusste am Anfang nicht so recht, was ich davon halten soll von dem Titel. Und irgendwie... Ich hab erst gedacht, wo ich nur den Titel gelesen hab, dachte ich irgendwie, Scorpion King ist jetzt Woman King oder so. Aber anscheinend basiert das ja auf irgendwas, was Realem da. Und ach ja, ich weiß auch nicht. Gestern kam auch wieder der Trailer im Fernsehen. In der Werbung. Ich weiß nicht, war recht. Vielleicht so Oscar-Material, denke ich mal. So Biopic. Starke Frauen und so. Ich glaub, das zieht immer bei den Oscars. Mal schauen. Rimini. Ein Drama. Die existenzielle Suche nach Glück und Sinn eines abgehalfterten Schlager-Stars im vermeintlichen Urlaubsparadies an der Adria. Ei. Ei, ei, ei. Okay. Die Fesper- Die Fesper Chronicles. Also, Entschuldigung, bei mir ist halt der Fesper. Das schreibt man genauer. Ja, genau. Das, was mitnimmst du in Schul, dann kriegst du eine Pause, ich stehe Fesper. Die Fesper Chronicles, Sci-Fi-Filme bei einem Mädchen, das in einem Ödland ums Überleben kämpft. Entschuldigung. Das heißt, es geht ums Pausenbrot auf dem Schulhof. Das ist ja krass, ey. Fesper Chronicles. Habe ich auch noch nie davon gehört, aber es scheint so ein, auch so ein Young Adult, eine Romanreihe zu sein, aber hat natürlich jetzt hier insbesondere im Deutschen einen sehr kuriosen Namen da mit dem Titel oder so. Ja, krass. Kate, du bist doch so hier mit diesem Young Adult Roman, da kennst du dich doch eigentlich ganz gut aus. Sagt dir das was? Gar nicht. Habe ich noch nie gehört. Okay. Wenn ich so die Namen lese hier, Christina Buoyzite und Bruno Sampa, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt produziert ist, dieser Film, und wo das herkommt, aus welchem Land überhaupt. Gut, das findet man noch raus, oder ihr schreibt es als Kommentar, liebe Hörer, liebe Hörer. Wir machen mal weiter. Mona Lisa and the Blood Moon, ein wildes Independent Drama, um eine junge Frau, die aus der Psychiatrie flüchtet und sich durch New Orleans treiben lässt. Okay. Okay. Dann läuft noch ein Mascarpone, eine Komödie. Dazu weiß ich jetzt noch nicht so viel. Okay. Ich schau mal, es sind auf jeden Fall zwei Männer auf dem Bild. Sieht ein bisschen gay aus. Antonio ist ein 30-jähriger Familienvater, dessen Leben eine unerwartete Wendung nimmt, als er plötzlich von seinem Mann verlassen wird, von dem er sowohl psychisch als auch wirtschaftlich abhängig ist. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe und einem neuen Job mietet er ein Apartment und beginnt in einer Bäckerei zu arbeiten, während er eine neue Ausbildung sucht. Langsam lernt er, dass er seine Unabhängigkeit nicht für alte Beziehungen aufgeben muss. Okay. Der Preis für den kuriosesten Titel der Woche geht an Dropout. Nippelsuse schlägt zurück. Die von allen nur Nippelsuse genannte Marion versucht sich als Privatdetektiv. In ihr erster Job ist es, eine Frau zu beschaffen, deren Freund Beweise für einen Seitensprung. Ihr erster Job ist eine Frau zu beschaffen, deren Freund Beweise für einen Seitensprung will. Hä? Verstehe ich nicht. Ach, beschatten. Nicht beschaffen. Beschatten. Okay. Doch, die Frau wird ermordet und plötzlich hält die Polizei die Nippelsuse für die Täterin. Oh nein. Dann startet noch MiWi. MiWi ist, so wie ich es gerade herausgefunden habe, eine Tragik-Komödie von David Klay-Diaz aus dem Jahr 2021 aus Österreich. Okay. Oder Arbeitstitel ist auch das kürzeste Gedicht der Welt. Okay. So, dann noch ein, ich nehme mal ein polnischer Film. Nivizialna Wojna. Wissen? Ja. Nivizialna Wojna. Ja, den wissen wir bei euch. Kann auch rustisch sein, ja. Der unsichtbare Krieg. Die Geschichte eines Mannes, der es in der Medienwelt weit bringen will, sich aber immer mehr in ihr verliert. Der klassische Traum von Popularität, einem besseren Leben, das sich am Ende als Druckbild herausstellt und in einen Abgrund aus Banalitäten und Rauschzuständen stürzt. Ei, ei, ei. Inspiriert von wahren Begebenheiten. Versteht. Jetzt wird es schon richtig wild, weil wir haben ja auch den, wie hast du es genannt, den Horror-Oktober. Jetzt Achtung, ich lese nur die Beschreibung. Eine junge, frisch verlobte Erwin hat in den Tagen vor Weihnachten einen Skiunfall. Nachdem bei ihr eine Amnesie diagnostiziert wird, findet sie sich in der Aufhut des gutaussehenden Hüttenbesitzers und seiner Tochter wieder. Der Film, den ich gerade beschrieben habe, ist mit Lindsay Lohan in der Hauptrolle und heißt Falling for Christmas. Ja, jetzt wird es ja so langsam weihnachtlich. Aber für unsere türkischen Freunde haben wir noch was im Angebot. Kim Bu Aile. Ich nehme mal an, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesprochen habe. Das Leben von Adem nimmt eine völlige Wendung, als er nach einem missglückten Einsatz den Polizeidienst verlassen muss auf der Suche nach der Bande, wegen der er seinen Job verloren hat, muss Adem ein Hähnchenrestaurant übernehmen, um die Bande zu verfolgen. Doch Adem, Adem, Entschuldigung, Adem wird unerwartet sehr erfolgreich. Die größte Unterstützung für Adem kommt dabei von seiner Familie. Erinnert mich sehr an diesen koreanischen Film, den wir mal gesehen haben. Ja, ich würde gerade sagen. Wo die Undercover dieses, ja, dieses Restaurant da betrieben haben, was dann so erfolgreich geworden ist, wo dann alle gesagt haben, oh geil, ey. Ja. Okay, ich habe noch Horizont anzubieten. In ihrem fernen Vorort, in dem sich Asphalt und Felder aneinander reihen, brennt die 18-jährige Adia für ein intensives Leben. Sie sucht ihren Weg zwischen ihrer besten Freundin, die als Influencerin in den sozialen Netzwerken glänzt, und ihrem großen Bruder, einem Fußballspieler, der den Raum für den Erfolg der Familie sättigt. Das Unerwartete, das ihr die ZAD, die Zone Art de Fondre, bietet, die am Rande ihres Viertels eingerichtet wurde, zieht sie an. Dort erlebt sie intensive und entscheidende Tage, an denen die Entscheidung für eine nachhaltigere Welt in der ihr den Kopf verdreht und sie dazu bringt, an der Seite der Klimageneration Risiken einzugehen. Um Himmels Willen. Okay. Also die anderen, die jetzt hier drinstehen, sind Dokus oder laufen nicht an, wenn ich das so richtig sehe. Die stehen hier noch falsch drin. Okay, da war ja sehr viel dabei. Also wenn da nichts dabei ist, es werden ja immer mehr hier gefühlt. Jede Woche, die dann neu starten. Also so viel Säle haben ja die Innenstadtkinos gar nicht. Jo, dann schauen wir doch mal ins Heimkino. Da ist ja auch einiges vertreten. Heimkino. So, wer von euch möchte denn mal was über Gunpowder Milchshake sagen? Der Chris. Der Chris, natürlich. Der Chris, der hätte sonst nichts zu erzählen. Gunpowder Milchshake. Einer der Filme, die mich damals schon mehr oder weniger vor dem Ofen vorlocken wollten oder sollten fürs Kino, weil ich da echt vieles darüber gesehen habe, weil ich eben auch der Hauptdarstellerin in diversen sozialen Medien folge. Die Hauptdarstellerin ist keine andere als Karen Gillan. Man kennt sie aus Doctor Who, aus Avengers Filmen und was weiß ich, was alles. Und Karen Gillan spielt Sam und Sam ist eine, man darf es nicht sagen, man darf, was darf man nicht sagen, keine Serienkillerin. Tötest du? Ja. In Serie, ja, bist du Serienkiller. Die eben in die Fußstapfen ihrer Mutter Scarlett tritt. Scarlett wird gespielt von Lena Headay und ja. Die kennst du wieder nicht, ne? Du hast Game of Thrones nicht geguckt, ne? Die kennst du nicht. Doch, die kenn ich schon, aber von, ja, von, ja, aber, ja. Das ist die, die den Shamewalk machen muss. Ja, ja, ich weiß, aber die hättest du auch aussuchen können. Nacksch, nacksch. Ja, nacksch. Wir haben nachher noch mehr Nacktheit im Programm. Ähm, jedenfalls arbeitet, wie gesagt, Sam für eine etwas, ja, interessante Firma, die sowohl im Untergrund als auch irgendwie oberflächlich agiert, oder an der Oberfläche agiert und führt dort eben Auftragsmorde aus. Das bringt sie dazu, dass sie einen Auftrag hat, gleich zu Beginn schon. Also der Film startet wirklich mit, nicht mit großer Anlauf, sondern du bist eigentlich direkt drin. Ähm, was mir sehr gut gefällt, muss ich auch gleich sagen. Ähm, es wird so, die Beziehung Mutter-Tochter wird kurz skizziert, wie das aussieht und halt, was Sam beruflich macht, indem sie dann nämlich einfach mal so ein ganzes Lagerhaus mehr oder weniger aufräumt mit Typen. Ähm, dumm ist, dass darunter auch ein, einer ist, den sie vielleicht nicht hätte aus dem Weg räumen sollen. Also ein, ein größerer Kunde der ganzen Gewerkschaft. Und, als sie dann den nächsten Auftrag angeht und dabei einen, ähm, den Buchhalter aus dem Weg räumen soll, der Geld geklaut hat, ja, da beginnt dann die ganze Schoße in eine andere Richtung zu kippen. Und Sam wird von der Jägerin zu Gejagten. Kann man das so sagen? Ja, klar. Ja, ne? Das war, das war schön formuliert auch, finde ich. Ähm, an ihrer Hand hat sie plötzlich auch noch ein junges Mädchen, äh, Chloe Coleman als Emily. Ähm, Chloe Coleman kennen wir auch aus verschiedenen Filmen. der Spion von nebenan zum Beispiel, da war sie dabei. Äh, und, und, ja, es ist, entwickelt sich dann von so einem einfachen Ding so ein bisschen zu einem Buddy-Movie, äh, mit sehr coolen, wie ich finde, ähm, Momenten und auch tollen Farbspielen, muss ich sagen. Also, diese Neon-Welt da teilweise ist schon sehr cool dargestellt. Ähm, ähm, und einer unglaublichen Coolness in dem ganzen Film. Es war, kurzzeitig hatten wir hier so das Gefühl, so, okay, ähm, könnte tatsächlich so ein Mix-Up aus hier Kill Bill sein, ähm, noch ein bisschen John Wick mit rein und was weiß ich, was alles. Aber ich fand's sehr, sehr cool, also auch wie die, äh, wie der Cast zusammenarbeitet, wie das passt, die Action-Szenen, finde ich jetzt auch, äh, teilweise herrlichst brutal. Das ist richtig leicht übertrieben brutal. Ähm, dieses Krankenhaus, wo die ganze Zeit die Verletzten hinkommen, fand ich sehr amüsant auch wieder und eben wie mit, mit so Effekten gearbeitet wird, weil alles so steril und weiß, auch so eine Bank da steht und dann ist halt ein blutiger Handabdruck drauf, der halt auch dann draufblättert, also wenn ich weggemacht wird. Ähm, ich fand's ganz cool gemacht, ganz cool erzählt, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich beim Schauen und und ich wüsste gar nicht, was ich so groß an Kritikpunkten anbringen könnte. Erik, wie ist es bei dir? Ja, also die Action-Szenen, die waren natürlich der Hammer, ne, so, das sah fast ein bisschen aus wie so ein asiatischer John-Who-Film oder so, das war ja wirklich richtig gut gemacht und ja, da ging's so dermaßen ab, immer bei diesen Shootouts, das wirkte wirklich wie so ein, wie so ein asiatischer Film, damals irgendwie Bullet in the Head oder irgend sowas oder wie sie alle hardboiled und hat mir sehr gefallen, diese, am Anfang war noch so eine komische Ebene drin, dass sie immer so Flashbacks hatte von ihrer Mutter, die sie irgendwie da verlassen musste und so, da wusste ich noch nicht so ganz genau, was ich damit sollte und so, das war mir ein bisschen äh, zu weird irgendwie, ähm, deswegen, ich hätt's besser gefunden, wenn's einfach ganz geradlinig gewesen wäre, weil der ganze Film ist eigentlich auch sehr, sehr geradlinig und cool erzählt, so mit den Action-Szenen, da hat es diese komische, äh, ja, weirde Ebene erstmal nicht gebraucht, ich mein, ist klar, wir wissen dann am Ende, warum, äh, aber, ja, so von der Art her, ja, die Inszenierung fand ich super, die, das Set-Design war der Hammer, dieses Retro irgendwie so, mit diesem Ganzen, das sah aus wie dieses eine Bild, was man, was wahrscheinlich jeder kennt, wo so jemand, so ein Diner, äh, in so einem Neonfarben, so ein, äh, wo so einzelne Leute dran sitzen, so ähnlich sah das aus, diese Haupt-Location, sag ich mal, wo viel passiert und auch sonst alles, so Set-Design, bis ins Kleinste, sah super aus, die, wie es gedreht war, war geil, also richtig schöner Action-Film, hätte ich gerne in der Sneak gesehen gehabt, ich glaube, der wäre richtig gut gegangen, hat mir auch, glaube ich, mal getippt, hab ich mich recht erinnert. Ja, war mehrere Mal eine Verlosung quasi drin für die Sneak als Tipp, und ich hätte mich auch gefreut, also der hätte super in die Sneak gepasst. Hätte wahrscheinlich auch auf diverse Tipps gepasst, die wir damals hatten. Ja, ähm, Kate, wie fandst du es? Ähnlich wie ihr, also, was mich halt, äh, was mir gut gefallen ist, hat das, ist, dass der Film sich nicht lang aufhält. Du wirst halt einfach in diese Situation geschmissen, sind jetzt einfach, da werden einfach Tatsachen geschaffen, wie zum Beispiel gerade dieses Diner, von dem du erzählst, mit dem, das ist halt selbstverständlich, da wirst du halt begrüßt und, ähm, wollen sie ablegen, ja, das ist halt ganz normal da, und genauso wie in der Arztpraxis, so, hier bitte, da in den Zahn und so, das ist, ich weiß nicht, du wirst halt einfach, da wird nicht erklärt, warum, wieso, weshalb, warum, warum weiß deiner Besitzerin da so gut Bescheid und keine Ahnung, ne, also, das ist halt einfach so. Und, äh, ja, dass, dass du am Anfang diesen Backflash hast, ähm, mit ihr und ihrer Mutter, der muss halt sein, für die Erklärung am Ende, aber, ähm, der ist ja kurz und knackig, deswegen hat mich das jetzt nicht gestört, dass wir da so eine Rückblende haben, ähm, ja, und sonst, ihr habt alles gesagt, die Kampfsszenen fand ich, äh, teilweise sehr lustig, also, gerade die, die am Anfang in dem, in dem Krankenhaus, wo sie sich die, das Messer und die Waffe an die Hand bindet, also, sorry, das, also, man kann jetzt nicht unbedingt von gut choreografiert reden, aber im Endeffekt ist es das ja, ja, und, es hat echt Spaß gemacht, also, ich bin ja nicht so einer, der so mit, mit, also, ich fand ja die John Wick Filme auch okay, aber, ich mag das ja nicht ganz so, wenn es so arg brutal zugeht, aber, das hat schon Spaß gemacht, ja. Ja, John Wick hat das. Das hat mega Spaß gemacht, das fand ich einfach, fand ich, fand ich wirklich witzig, also, ich musste da, mein, mein erster Gedanke, als, als sie da im, in dem Krankenhaus sitzt, und so, erster Gedanke war dann so, okay, jetzt machen sie einen auf Edward Fordyhand, ähm, falls sich da noch jemand dran erinnert, ähm, und ich fand das einfach, einfach, einfach mega witzig, vor allem, wie sie dann am Ende da steht, eigentlich in der einen Hand die, die Pistole angetapet, in der anderen das Messer, und dann so, kannst du mal das Handy aufheben, bitte? Einfach großartig. Solche Sachen holen mich dann einfach mega ab, also, das fand ich echt schön. Ja, ja, was ich vorhin meinte am Anfang, ähm, ich hatte so die Befürchtung, ich wusste nicht ganz genau, was mich da erwartet bei dem Film, und als das so komisch weird angefangen hat, dachte ich, ach nee, das sieht so arthausig aus, ne, mit diesem, alles so perfekt gestylt, und der, ja, das Set-Design so, und dann war diese weirde Szene, dachte ich, okay, vielleicht ist es doch nicht der Film, den ich erwarte, aber dann hat es zum Glück schnell die Wände gefunden, das meinte ich da, ja, cooler Film, ne, also ihr habt den bestimmt auf Sky geguckt jetzt, ne, da gibt es den ja, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es den noch irgendwo gibt, aber da kann man auf jeden Fall gucken, da wird es gerade auch, wer streamt, der ist nicht offen, kann ich ja mal machen, mal schauen, ob es da irgendwo drin steht, hier, wer streamt, Gunpowder einfach mal eingeben, Powder, oder, oh, es gibt mehrere Filme, die Gunpowder heißen, okay, wo haben wir es denn hier, ja, bei WoW und bei Sky Go, genau, da ist es gerade mit drin, bei allen anderen wird es ein bisschen was kosten, wenn man den sehen möchte, also wenn ihr Sky habt, dann habt ihr den mit drin, und wenn nicht, dann müsstet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis es mal irgendwo im, ja, in eurem Vertrag mit enthalten ist, ja, kann man aber durchaus empfehlen. Ja. So, also von mir, sieben Punkte. Bist du schweigen? Kate, sagst du auch was? ich bin, ich habe ihn reingeschrieben, ich glaube auch sieben Punkte. Ja, sieben Punkte. Ich bin bei acht Punkten, weil sieben Punkte für den Film, einen für Karen Gill. Das war klar. Okay, so, ich gucke gerade mal, der nächste Film, den ich, den ich gesehen habe, den gibt es tatsächlich nur bei Disney Plus, da habe ich den auch geschaut gehabt. Ich hatte es schon in der Einleitung erwähnt, ich habe Nightmare Alley geschaut, von Guillermo del Toro, der ja zuletzt den Shape of Water Film gemacht hat, der auch für Oscars nominiert war und auch gewonnen hat, zu Unrecht. Und, ja, das ist quasi sein Nachfolgefilm. In den Hauptrollen, Bradley Cooper, Toni Collette, Cate Blanchett, William Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins, Ron Perlman, David Stratton, und so weiter und so fort. Also, richtig gute Darstelleriege und ich dachte mir, okay, nachdem ich jetzt die neue Star Wars Andorffolge geguckt habe, dachte ich, okay, jetzt hat es das gerade so bei mir als Banner reingespielt, dachte ich, ah ja, okay, den wolltest du doch irgendwie mal, wolltest du da mal reingucken und wenn der Scheiße ist, breche ich ihn ab und rede nie wieder drüber. Aber nee, ich möchte doch mal ein bisschen was drüber erzählen. Bradley Cooper spielt am Anfang so ein, ja, da gibt es auch so eine weirde Szene, ähnlich wie bei Gunpowder Milkshake, da weiß man erst mal noch nicht so genau, was davon zu halten ist, nämlich in einem ziemlich verlassenen Haus, ich weiß gar nicht genau, wann das spielt, das ist auf jeden Fall nicht in diesem Jahrhundert, wahrscheinlich so, vielleicht Ende des vorhergehenden Jahrhunderts, obwohl jetzt, nee, wir sind ja schon im 20. also wahrscheinlich dann so 1800, so kurz vor der, vor der Jahrhundertwende, 1890 so die Drehe und, obwohl nee, ich lese hier gerade 1940, Entschuldigung, habe ich es doch falsch verortet, aber weil das so im ländlichen Raum spielt, ist das halt wirklich alles noch sehr, noch sehr altertümlich, okay, und da ist so ein altes Holzhaus, wie es halt so typisch in Amerika ist und da hat er so eine Leiche, die er da irgendwie einrollt und vergräbt in dem Haus da unter die, unter die Dachbohlen und brennt das Haus ab und verschwindet und, ja, ist erst mal so unterwegs als Landstreicher und schließt sich dann einem, so einem Karneval an, so ein Zirkus ist das, ja, aber es ist jetzt kein, so wie ich gesehen habe, kein fahrender Zirkus, sondern der, der irgendwo so einen festen Standort hat und damals war es noch so, dass die auch so Freakshows hatten, wo sie irgendwelche missgebildeten Leute gezeigt haben oder ganz komische Gaukler, die irgendwelche Tricks gemacht haben oder was weiß ich, mit elektrischen Strom experimentiert haben, was damals für die Leute schon so, wow, was ist das und so und solche Sachen, natürlich auch Artisten und alles und da will er oder da loggt er sich dann so ein bisschen rein, er sagt, er bräuchte einen Job und so und darf dann noch erst mal so ein paar Sachen machen und arbeitet sich dann so langsam, aber sicher so ein bisschen hoch bei Toni Collette und ihrem Mann. Toni Collette ist so eine, so eine Hellseherin und die hat so ein, äh, der Ehemann ist gespielt von David Stratthain, der ist so ein Mentalist und kann halt so Gedanken lesen und hat da so verschiedene Tricks und bei denen geht er so in die Lehre und als er dann, äh, dieser Mentalist, dieser, dieser Ehemann von der, als er dann verstirbt, äh, bekommt er das Notizbuch von ihm, wo so die ganzen Tricks und Sachen drinstehen, wie man so die Körpersprache liest und sowas und dann macht der Film so einen kleinen Sprung, ach nee, ein, was muss ich noch kurz erwähnen, er lernt dort auch so eine junge Frau kennen, die da immer schon raus wollte aus diesem Karneval, die hat da so ein paar Tricks, die sie dort vorführt, aber irgendwie, ja, will sie da doch nicht bleiben ewig in diesem Karneval und die nimmt er dann mit und dann macht der Film so einen kleinen Sprung und die beiden sind quasi in der New Yorker Elite High Society angekommen und er führt so seine Mentalistentricks vor auf so einer Bühne, dass er dann so sagt, ja, sie da im Publikum hier, ich weiß genau, was sie, und hat natürlich auch alles mit Tricks zu tun und hat dann, bekommt teilweise Hinweise von seiner Assistentin und sonst was, also, ist natürlich ein ziemlicher Scam, den er da abzieht und er findet dann halt raus nach und nach, dass ihm die Reichen da so ein bisschen zu Füßen liegen mit diesen Tricks, die er da vorführt und die wollen ihre Zukunft wissen und alles mögliche oder haben irgendwelche, Anführungszeichen, Leichen im Keller und er kann so, sie glauben ihm, dass er so Geister beschwören kann und der eine, der Millionär, der hat irgendwann vor vielen Jahren, war mal für den Tod einer jungen Frau verantwortlich und so weiter und den zieht er dann ziemlich Geld aus der Tasche mit irgendwelchen Beschwörungen und sowas und irgendwann kommt dann auch die Psychiaterin, gespielt von Cate Blanchett, mit auf den Plan, die natürlich bei vielen von diesen reichen Leuten, die sich dann bei ihr auf die Couch legen und sie nimmt die Tonbänder damals auf, die Sitzung und dadurch bekommt er natürlich auch sehr viele Background-Informationen von den Leuten, was es ihm noch leichter macht, dann diese Leute über den Tisch zu ziehen und wie es dann noch weitergeht, also das geht natürlich alles nicht so wahnsinnig glatt, sonst wäre es kein Film und ich will aber nicht zu viel verraten, hat mich aber nach Shape of Water durchaus besänftigt, dieser Film. Ich fand den am Anfang, dachte ich, okay, wo will denn dieser Film jetzt hin, die ganze Zeit bei diesem Karneval und es ging nicht so richtig voran und irgendwie war alles so weird, auch mit diesen, ja, mit diesen Missgebildeten und irgendwelche Leute, die dann irgendwo in Käfigen gehalten wären als Wilde und sowas und es war alles irgendwie so abgefuckt und asslich und so und dann aber, als der Film den Sprung machte, als ich dann so halbwegs kapiert habe, in welche Richtung das geht, da habe ich gedacht, okay, also der hat doch so seinen Drive gefunden, die schauspielerischen Leistungen sind wirklich außer Frage top hier in diesem Film, hat mir sehr gut gefallen, die Story könnte ein bisschen, ein bisschen geraffter sein, er nimmt sich an manchen Stellen ein bisschen zu viel Zeit, er schwelgt aber auch so ein bisschen in seinem ganzen, ja, in seiner ganzen Ausstattung, in seinem ganzen Umfeld, er gibt seinen Nebenfiguren sehr viel Raum und, ja, ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann, es ist für mich jetzt allerdings, ich glaube, so viele Oscars hat er auch nicht gewonnen, aber mir hat er schon ganz gut gefallen, also war auch wesentlich besser als, wie schon gesagt, Shape of Water, deswegen von mir acht Punkte, die man durchaus gucken kann, Disney Plus, wer das hat, wer es nicht hat, der verpasst eh eine Menge mit Star Wars und dem ganzen Marvel, was da alles gerade so läuft, also der, ich glaube, wir haben hier auch keine Zuhörerinnen und keinen Zuhörer im Kinocast, der oder die, keinen Disney Plus gerade hat, glaube ich nicht, deswegen, also vielleicht mal reinschauen, ist auch nicht schlimm, Chris, du hast Netflix, was wahrscheinlich auch jeder hat, ich habe Netflix und ich habe Blond geschaut und zwar den neuen Anna de Armas Film, der auf Netflix jetzt läuft von Director Andrew Dominic und das Drehbuch auch von Andrew Dominic, es ist, Blond ist ein Film über Marilyn Monroe und zwar eine relativ, ja, neue Adaption, die angelehnt ist an ihr Leben, also es ist kein Biopic, das muss man gleich auch sagen, es ist wirklich ein Riesendrama und es ist, ja, wie gesagt, es ist basiert auf dem einen Buch, jetzt muss ich nochmal nachgucken, auf so ein Buch von, von, hier, von Joyce, schlag mich tot, Joyce Carol Oates von 2000, das eben auch, ja, es ist eine, ein fiktive Biografie, in der Hauptrolle, wie gesagt, Anna de Armas als Marilyn Monroe und der Film zeigt eben Episoden aus dem Leben oder geht den Weg von ihr mit, von ihrer frühen Kindheit mit der etwas psychisch schwierigen und sehr angeschlagenen Mutter, die sie versucht umzubringen, tatsächlich, die Suche nach ihrem Vater und daraus auch den resultierenden Papa-Komplex oder Vater-Komplexen, den sie da hat und zeigt sehr viel Nacktheit und sehr viel teils anstrengende Szenen und Verworrenheit und stellt Marilyn Monroe als teilweise wirklich kleines, dummes, naives Blondchen dar, was sie in Wirklichkeit auch gar nicht ist, das ist auch einer der großen Kritikpunkte, die ich rausgelesen habe, dass es eben heißt, ja, das wird ihr überhaupt nicht gerecht und ja, das ist vollkommen richtig, es wird ihr nicht gerecht, ähm, es wird allerdings für mich auch zu wenig darauf eingegangen, warum das so ist, also, ob sie nicht auch in diesem Film dann wirklich diese Rolle des kleinen, dummen Blondchens, wie sie es alle gerne haben oder gehabt hätten, äh, auch dann spielt, also ich erinnere da gerne an, äh, Verona Feldbusch, äh, die auch eigentlich nicht so dumm ist, wie sie selber immer tat und ja, es ist schwierig, diesen, diesen Film wirklich ganz genau zu beurteilen, finde ich, weil kameratechnisch, drehtechnisch ist es krass, wie der zwischen Schwarz-Weiß und Farbe wechselt, wie Anna de Armas teils eingefangen wurde als Marilyn Monroe, also das, da gibt es so diese ikonischen Szenen teilweise, wo du echt zweimal hingucken musst, ob das noch, ähm, Anna de Armas ist oder schon Marilyn Monroe, für Anna de Armas sicherlich extrem schwer zu spielen, ähm, da auch dieses Reinkommen, ich hab da auch jetzt noch ein Interview gelesen, ich hab mich wirklich da ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, wie man vielleicht merkt, also ein Interview mit ihr gelesen, die gesagt hat, ja, sie hat Marilyn ganz nah an sie ranlassen müssen auch, um da, da einzutauchen und sich da in die Rolle hinein zu versetzen und es war relativ schwierig, das alles und sie waren freitags fertig mit den Dreharbeiten von Blond und am Montag hat sie angefangen mit den Dreharbeiten von James Bond. Das war super spannend. Wie hat sie denn die Haare so schnell wieder dunkel gekriegt bei James Bond? Ja, ja, das siehst du mal. Auf jeden Fall, also krasser Switch dann auch einfach drin und ja, es ist teilweise wirklich sehr, sehr erschreckend, wie dieses kleine Blondchen in dem Fall dargestellt wird. Also wie gesagt, das ist das, was mich auch so ein bisschen stört, dass sie so arg dumm dargestellt wird und als Sexobjekt auf jeden Fall auch dargestellt wird in eben einer Filmwelt damals, die also in den damaligen Zeiten, 1950er Jahren und sowas, wo ich mir schon vorstellen kann, dass es in Hollywood wirklich auch so abging. um die erste Rolle zu bekommen, wurde sie gleich mal vom hier, wie heißt es, Produzenten vergewaltigt, mehr oder weniger, führt zu Szenen, wo sie dann, also das sind auch fiktive Episoden einfach, wo sie mit zwei Männern um sich umgibt und dabei gefühlt fünf Minuten vor dem Spiegel steht und einfach nur ihren nackten Körper anzuschauen, um sich ihres Körpers bewusst zu werden und ich glaube schon, dass der Film darauf ausgelegt ist, zu zeigen, okay, die Welt damals oder vielleicht auch zu größten Teils immer noch heute sieht leider in der Frau das absolute Sexobjekt und in was das dann führen kann, in welche psychischen Schäden dann man vielleicht auch mitnehmen kann oder welche Rollen dann man auch spielt, um den anderen zu gefallen, ich glaube, das fängt der Film ganz gut ein, also es gehören auch die Episoden dazu mit den Ehemännern, der eine, der sie schlägt, dann natürlich die Filmszenen, wo ihr im weißen Kleidchen der Rock hochgepustet wird, da übrigens kleiner Funfact, den Anna de Amas verraten hat, der Mann, der das bei ihr jetzt gemacht hat oder der, der dafür verantwortlich war, dass der Luftstoß von unten hochkam, war der Enkel von demjenigen, der es bei Marilyn Monroe damals gemacht hat. Das ist Backgroundwissen für, wer wird Millionär, sag ich dir. Ja, das ist Backgroundwissen und wenn ihr den Millionen gewinnt, bitte. Genau, also solche Sachen und führt dann, führt dann eben und was ich dann wirklich hinten raus so erschreckend fand, also der Film nimmt hinten raus noch, noch mehr wirklich an Drama zu, wo du dir eigentlich schon so ein bisschen auch gedenkst, so okay, also langsam nervt ein bisschen diese komplette Stupidität von Marilyn Monroe oder von Anna de Amas in dem Fall, führt halt wirklich hinten raus dazu, dass du merkst, okay, sie rutscht immer mehr in diese Tablettenabhängigkeit rein, ist da auch überhaupt nicht mehr so ganz wirklich bei sich, wird auch nur noch behandelt wie ein Stück Fleisch, also das ist für mich die krasseste Szene eigentlich, wie sie zu John F. Kennedy gebracht wird, der dann auf dem Bett liegt, sich irgendwelche UFO-Raketen-Filmchen anschaut, nebenher telefoniert, aber dann eben will, dass sie ihm einbläst und sie macht das dann auch und das sieht man auch relativ, ja, ist ziemlich, ziemlich krass eingefangen mit der Kamera und auch ihre Gedanken mit, wo sie dann so sich sagt, so ja, es ist auch jede Rolle und jeder Take oder irgendwie sowas und das dauert auch manchmal bloß so ein paar Minuten, dann ist der Take vorbei und das ist ich und setzt sich damit halt auseinander, also dieses Innenleben ist schon auch nach außen gekehrt, was sehr ansprechend gemacht ist und dann halt dann danach dann auch, weil sie dann auch mehr oder weniger da auch wieder Tabletten bekommt und wie sie dann rausgeschafft wird vom Secret Service, halt wirklich wie so, ja, wirklich wie ein Stück Fleisch einfach so raustransportiert und dann, ich will es nicht sagen auf die Straße geworfen, aber halt wirklich ins nächste Auto gesetzt und tschüss, danke, dass du da warst. Das macht es ein bisschen schwierig, was den Film extrem schwierig macht, ist, dass er 166 Minuten geht. Also, das ist schon ein ganz schön hartes Brett, was das angeht und er ist halt schon auch auf Oscar-Rennen ziemlich ausgelegt. Ob es im Endeffekt jetzt für Anna de Armas für einen Oscar reicht, weiß ich nicht. Verdient hätte sie es, glaube ich, weil sie sehr, sehr viel Facetten da einfach zeigt und auch in diese Rolle da wirklich mit eintaucht und da auch sehr viel, glaube ich, über sich hinaus schauspielern muss und ich würde es ihr gönnen da dafür. Es ist sicherlich nicht ihr bester Film, obwohl sie sehr, sehr gut spielt und es ist auch sicherlich nicht der absolut beste Film aller Zeiten. Da sind wir weit davon weg. Es zeichnet einfach ein sehr, sehr erschreckendes Bild und stellt zum einen, wie gesagt, Marilyn Monroe als bloßes Sexobjekt der damaligen Zeit hin und kann man jetzt sehen, wie man möchte, ob es jetzt auf Anna de Armas übertragen wird, dass sie in diese Rolle reingeworfen wird. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil da eben schon viel zu viel andere Rollen auch gespielt wurden von ihr, ich sag nur hier in The Greyman oder in No Time To Die, dann Knives Out, wo es ein kleines, das kleine Mädchen oder eine kleine junge Dame spielt oder Braid Runner 2049. Das sind alles so die Sachen, wo man sie auch schon anders gesehen hat und deswegen für den Mut, den Anna de Armas an den Tag legt, da auf jeden Fall ziehe ich jeglichen Hut. Insgesamt verstrickt sich Andrew Dominik doch in zu viel Drama hinten raus, was dann sehr, sehr anstrengend auch wird und sehr, sehr düster und teilweise auch dann, ja, man fühlt sich innerlich auch beklemmend, also auch noch so so ein Punkt ist, dass sie ja auch dann natürlich schwanger wird irgendwann und es kommt dann zu Abtreibungen und wenn dann die Kamera in ihren Uterus einfährt oder sie mit dem ungeborenen Kind redet und das sagt, aber diesmal nicht, diesmal nicht wieder das gleiche wie beim letzten Mal mit mir machen, einfach um diese Psyche auch darzustellen, das ist schon, da muss man schon ein bisschen, ja, da sollte man nicht zu saadbeseitet sein, weil sonst bricht man glaube ich den Film an diesen Stellen auf jeden Fall ab, deswegen da ein bisschen aufpassen, da ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber ansonsten auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, Blond, jetzt auf Netflix seit Donnerstag oder Freitag. Das ist bestimmt, denke ich mal, auch so ein Oscar, so eine Oscar-Produktion, die da ins Rennen geschickt werden soll, sowas kommt da immer gut. Das meine ich ja, also ich denke, dass es in die Richtung gehen wird, ja, ob es im Endeffekt reicht, das wird man sehen. Gut, okay, ich werde auf jeden Fall mal reingucken, also ich glaube, der hat mich schon interessiert gehabt, gerade auch wenn da. Das sind locker 30 bis 45 Minuten an der De Arme ist nackt, also viel Spaß. Ja, gut, da bist du eher Fan, so, ich weiß nicht. Also bitte. Mal schauen. Okay, ich mache jetzt mal diesen einen Minuten, das hat man ja ewig nicht genau, für The Contractor, damit der hier mal von der Liste kommt, da habe ich schon ewig draufstehen, T-minus one minute. So, The Contractor ist ein Film mit Chris Pine, dem Captain Kirk in der Hauptrolle, auch noch mit dabei sind zum Beispiel Ben Foster und Kiefer Sutherland und Chris Pine spielt ein, was ist der, US Marine oder sowas und als er dann mal verletzt wurde und Probleme bekommt mit seiner, mit seiner Gesundheit, nimmt er Schmerzmittel, um das überhaupt weiter ertragen zu können und als es dann festgestellt wird, dass er viele Schmerzmittel nimmt, davon nicht mehr, wird er unerranhaft entlassen aus der Armee und schließt sich dann einer privaten Sicherheitsorganisation an, die weltweit Aufträge ausführt und schon bei seinem ersten Auftrag geht einiges schief und er wird quasi Rogue, er ist dann quasi abtrünnig und versucht dann zu ermitteln, was da genau schiefgegangen ist und passiert ist. Das führt ihn unter anderem nach Berlin und nach Osteuropa und der Film ist gar nicht mal so spannend, wie er jetzt gerade klingt, aber ja, solide Action-Ware würde ich sagen. Fünf Punkte. Er ist gar nicht mal so spannend, wie er klingt. So, Chris, machen wir weiter. Ich muss ganz ehrlich sein, ein 60-Sekunden-Countdown hat mich gerade richtig gestresst. Meine Güte. Ich fand den gut. Junge, das stresst mich ja schon. Ich fand's gut. Ganz, ganz funny story. Ich hatte gestern Abend oder ja, als ich fertig war mit Blond, den ich auf zweieinhalb Etappen geschaut habe. Dacht sie jetzt, dass mein Kühles Blond ist. Nein, da habe ich gedacht so, okay, gehst du jetzt ins Bett oder guckst du noch in Gunpowder Milchgeschick rein und geh dann aus meiner Netflix-App raus und lande dann auf der Übersicht von Apple TV und da wird mir erstmal oben hier einen wunderschönen Zac Efron mit Schnauzer gezeigt und ich so, okay, was geht jetzt für ein Film und habe mir dann diesen kurzen Trailer dazu angeschaut und habe gedacht, Alter, guckst du mal da rein. Das geht um The Greatest Beer Run Ever, ein Film, den es auch erst seit dieser Woche auf Apple TV Plus gibt. Es geht in diesem Film und das ist kurz zusammengefasst, die Story ist wirklich relativ kurz zusammengefasst, überschreiben das Jahr 1967 und John Cheeky Donoghue lebt in seiner Heimatstadt New York mit seinen Eltern noch zusammen und was weiß ich was alles. Er ist 26 und ja, war auch so halblebig beim Militär und alles und es herrscht ja gerade so ein bisschen dieser Zwiespalt in der amerikanischen Gesellschaft wegen dem Vietnamkrieg. die einen, die Regierung, die sagt, ja hier, wir verteidigen hier unsere Demokratie und die wenigen, die immer mehr werden, die sagen, hey, es kann ja nicht sein, dass wir die ganzen Leute da hinschicken und immer wieder junge Leute da hinschicken, dass sie einfach in den Krieg ziehen müssen und sterben dort. Es kommt dann dazu, dass eben Cheeky auf so einer Demonstration an der Antikriegsdemo seine Schwester trifft und Cheeky ist halt wirklich dieser, ja, hier, so ein richtiger kleiner New Yorker-Proll, so kann man es, glaube ich, richtig schön sagen und Zac Efron, einfach der Knaller mit seinem Schnauzer, das ist einfach herrlich, also diese Rotzbremse in seinem Gesicht ist einfach zu gut und die gehen immerhin wieder in ihre Stammkneipe und er geht auch wieder in seine Stammkneipe, nachdem auch sein Kumpel da diese Friedensdemonstranten so provoziert, dass da einem so herrlich eine zentriert auf der Friedensdemo, dass es komplett eskaliert und stehen dann in ihrer Stammkneipe, der Barkeeper dort ist der Colonel und der wird gespielt von keinem anderen als Bill Murray und spätestens jetzt hat der Film, glaube ich, den Erik auch, weil selbst wenn Bill Murray insgesamt vielleicht nur fünf bis zehn Minuten Screentime hat, es lohnt sich komplett, weil Bill Murray sieht einfach aus wie eine Birne in dem Film, also vom Körper her mit hochgestellten weißen Haaren und er ist halt Kriegsveteranen und die, jedenfalls Zac Efron oder Chiki diskutiert dann, sie diskutieren mit ihren Freunden so, ja hey, und das kann ja nicht sein und unsere armen Jungs da drüben und die sollen ja wissen, was abgeht und sie sind halt wirklich so ein bisschen verblendet von diesem, was Krieg wirklich ist und dass unsere Truppen eigentlich unterstützt werden sollten und dann kommt irgendwie dieser dumme Gedanke auf, ja wie geil wäre denn das, wenn jemand mal rüber geht nach Vietnam und denen einfach mal ein Bier vorbeibringt als Zeichen der Dankbarkeit und alle lachen und Chiki sagt, okay ich mache es und dann macht sich Chiki mit einer Tasche voller Dosenbier auf die Reise nach Vietnam um eben seine Kumpels aus der Nachbarschaft, die im Vietnamkrieg kämpfen, zu besuchen und denen Bier zu bringen. Würdest du heutzutage gar nicht mehr hinkriegen mit Flüssigkeiten. Ja würdest du heutzutage nicht mehr hinkriegen, aber zu der damaligen Zeit kriegst du es eben hin und der Direktor und Drehbuch ist von Peter Farrelly, also einer der Farrelly Brüder und mit Vorsicht zu genießen. Ja mit Vorsicht zu genießen, aber er bringt tatsächlich relativ gut pointierte Spitzen an und es ist einfach streckenweise herrlich. Also wenn Zac Efron da auf dem Schiff anheuert und nach Vietnam fährt und dann kommt die ganze Nachbarschaft, jeder bringt ihm irgendwas vorbei mit Hey, wenn du da meinen Sohn besuchst, könntest du ihm noch diese Socken vorbeibringen, könntest du ihm das vorbeibringen. Das ist einfach schon so herrlich, weil er rutscht quasi in diese Geschichte rein, ohne das eigentlich zu wollen, aber dann an den Punkt gelangt mit Okay, scheiße, jetzt muss ich es durchziehen. Und dementsprechend zieht er es auch durch, kommt dann dort an, lustigerweise trifft er, also erst überredet er mal noch seinen Käpt'n, nachdem sie zwei Monate an Bord waren, also er arbeitet auch wirklich als Öler für den Motor und alles. Also er hat auch wirklich diesen Job dafür und kommt dann dort an und überredet erst mal seinen Käpt'n, dass er drei Tage an Land gehen darf, was eigentlich auch nicht wirklich so geplant ist und trifft dann in Vietnam als erstes tatsächlich eine Militärpolice, trifft er einen seiner Nachbarn, also findet er tatsächlich schon den ersten. Und das ist ein ganz arg wichtiger Punkt, weil es hocken halt diese ganzen Militär-Dudes dran oder von der Militärpolizei dran, dann trinken sie ihr Bier und er hockt halt quasi in seinem Holzfällerhemdchen da, wie so ein Tourist und er sagt alle so, ey, du bist eigentlich nur ein Tourist, du darfst hier eigentlich gar nicht sein. Und dann kommt der Vorgesetzte rein, sieht das alles und sieht ihn und reagiert komplett komisch, weil so, okay, ja, mhm, mhm, ja, okay, okay, weitermachen. Und die haben eigentlich alle Schiss vor dem und die reagiert halt so komisch und dann ist die Frage, warum reagiert er so komisch und die Auflösung ist, der denkt, dass Chiki vom CIA entzandt worden ist, um das zu überprüfen, was da alles abläuft, weil die wohl öfter solche Touristen oder schon welche solche Touristen hingesteckt haben und das läuft Chiki natürlich rein, der sich ohne als CIA Agent ausgeben zu müssen, als CIA Agent einer erkannt wird und dann eben durch Vietnam reisen kann. Er trifft dann, weil er an die Front auch wirklich möchte, auf dem Weg dorthin, er hat ja nicht so viel Zeit, aber weil sein Schiff ja wieder ablegt, trifft er dann auf noch Pressemitarbeiter, die er sich gezielt dran macht und da ist eben einer dabei mit dem schönen Namen Coats und der wird gespielt von Russell Crowe, der eben über den Krieg berichtet und dann ist mal auch so, ja, du weißt gar nicht, wie der Krieg abläuft und was hier eigentlich los ist und blablabla und im Endeffekt sagt er, ja, ist mir doch egal und ihr werdet es schon sehen und man muss auch unsere Truppen unterstützen und wirft sich dann ins Kriegsgebiet rein, tatsächlich kommt, also an die abgelegensten Ecken überhaupt, um seinen Kameraden wirklich das Bier vorbeizubringen und diese ganze Reise, diese drei Tage in Vietnam verändern allerdings Chiki komplett, weil er eben auch mitkriegt, dass das ganze Zeug in Vietnam nicht wirklich so ist, wie es zu Hause dargestellt wird von den Medien auch und er überrascht dann auch im Endeffekt seine halbwegs neu gewordenen Freunde bei der Presse, Coats nimmt ihn dann wirklich auch mit am Ende, wenn sie wieder in Saigon sind, weil dann eben auch der Überfall auf Saigon beginnt und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen eine dramatische Wendung, aber auch das ist sehr, sehr cool dargestellt und es gibt sehr, sehr viele Szenen, wo du denkst, so holler die Waldfee und du denkst dir auch ganz arg oft so, was einfach so eine Situationskomik ist, weil du einfach nur denkst, so es kann ja jetzt nicht wahr sein, das ist einfach herrlich inszeniert, wirklich absolut herrlich inszeniert, ich habe das sehr gefeiert, weil die ganze Story komplett, eigentlich, es klingt komplett Banane und jetzt kommt der Haken, das basiert auf einer wahren Geschichte. Ja, kann man so schön denken da. Also es gab, diesen Chiki gibt es wirklich, ganz am Ende zeigen sie Bilder von der Kompanie, wo er auch diesen einen Fotomoment hat und ein paar von seinen Kumpels und ihnen zeigen sie dann, wie sie jetzt auch noch aussehen auf einem Foto. Es ist wirklich herrlich, also ich hatte sehr, sehr viel Spaß, der Film dauert, jetzt müsste ich nochmal gucken, ich habe es jetzt nicht an der Hand, aber ich glaube auch fast zwei Stunden. Zwei Stunden und sechs Minuten steht hier. Ja, zwei Stunden und sechs Minuten. Die vergehen aber tatsächlich im Flug, weil der Film wirklich Spaß macht, weil Zac Efron einfach saugut spielt, diesen kleinen, trotteligen New Yorker-Proll, der einfach von der einen Situation in die andere rutscht. Der 30. September steht hier. Krass. Ja, der dann dann wirklich auch seine Kumpels trifft wieder und die jeder einfach nur völlig fassungslos da steht so, was zur Hölle machst du hier? Wie kommst du hier her? Ja, ich bring dir ein Bier. Was? Das ist so gut einfach. Also ich kann es wirklich, wirklich nur mit zwei erhobenen Daumen empfehlen. Er läuft unter Krieg-Drama. Ja, die Szenen sind teilweise echt krass und es ist teilweise echt nicht irgendwie zu zeigen, wie schön die heile Welt ist, sondern was Krieg auch mit sich bringt. auch sehr, sehr sehr, sehr interessante Ansichten auch wieder mit reinbringen und ich kann es jedem, der Apple TV Plus hat, auf jeden Fall ans Herz legen und sei es nur wegen fünf Minuten Bill Murray den Film zu gucken, the greatest beer run ever von mir, acht von zehn Punkten. Okay, ich werde auf jeden Fall reingucken. Ich auch, ich auch, ich auch. Definitiv, ja. Vielleicht muss ich mir doch nochmal einen Monat Apple TV Plus holen. Also dafür lohnt sich's wirklich, dafür lohnt sich's. Ja, das waren dann die Filme erstmal, was ich noch ganz, was ich noch ganz vergessen hatte bei mir zu sagen, dass bei The Contractor, da geht's um den Virus H5N1. Oh je. Oh nein. Da hab ich noch keins vergessen durch den Stress mit der, aber gut, jetzt kommen wir erstmal zu den Serien. Serien? Kate, deine Serie, bitte schön. Genau, meine Serie ist nämlich auch von Apple TV Plus. Könntest du dir dann auch angucken, wenn du es dir nochmal holst. Die Serie heißt im Original Five Days of Memorial. Im deutschen Titel heißt er Memorial Hospital, die Tage nach Hurricane Katrina. Das ist wieder so typisch deutsch. Und es geht um die Tage nach Hurricane Katrina. Das Memorial Hospital ist in New Orleans. Und wie wir uns erinnern, hat der Hurricane Katrina damals die Stadt New Orleans extrem erwischt. Wobei nicht mal der Hurricane selber das Problem war, sondern die danach brechenden Deiche. Und dadurch dann ja diese schlimmen Überflutungen kamen. Und es geht in dieser Serie um die fünf Tage im Memorial Hospital, die quasi mit ihrem ganzen Patienten, das ganze Personal, fünf Tage lang ohne Strom in diesem Krankenhaus festsitzen. Und es kommt auch keine Hilfe. Das ist nämlich das größte Problem an der ganzen Sache. Und wie dann Entscheidungen getroffen werden, wer eventuell für den einen oder anderen Tod eines Patienten verantwortlich ist. Oder ob es halt dieser Katastrophe zu schulden ist, dass sie einfach nicht weiterkommen konnten und nicht weg konnten. Ja, und ob da vielleicht die, weiß ich nicht, die, wie heißt es, Coast Guard, wie heißt es in Amerika? Also die ganzen Hilfsorganisationen und das Militär und so, ob die vielleicht hätten schneller reagieren müssen. Das wird halt so thematisiert und es geht halt hauptsächlich um die Vorgänge innerhalb dieses Krankenhauses. Es ist extrem gut dargestellt. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Serie, aber ich habe auf jeden Fall angefangen und fand die auch so interessant, dass ich es jetzt schon mit euch besprechen wollte. Die Besetzung ist auch sehr interessant. Ich weiß nicht, der Name euch was sagt, Vera Farminga. Die ist bekannt aus den Conjuring-Filmen oder hat jetzt zuletzt auch bei... Up in the Air war die auch, oder? Ja, genau. Und auch bei Hawkeye, da hat sie die Mutter gespielt von der Mädel. Dann Jerry Jones spielt auch eine Hauptrolle. Die anderen sind jetzt nicht ganz so bekannt. Ich habe mich mal in Serien und so gesehen, aber ein sehr guter Cast und eine sehr, sagen wir mal, bedrückende, aber auch spannende Serie, die auch auf wahren Ereignissen beruht. Ich möchte gar nicht so viel verraten von der Serie, weil die wirklich teilweise sehr schockierend ist und da möchte ich keinem das wegnehmen. Aber man kann sich es vorstellen, du bist mit, weiß ich nicht, wie vielen Patienten und wie viel Personal in einem Krankenhaus sitzt du fest ohne Strom und du hast ja da auch eine Intensivstation und irgendwann... Ich sage nur, die Hilfsgeneratoren stehen im Keller, aber wenn halt 15 Meter Wasser auf dich zukommen, ist der Keller halt irgendwann auch geflutet. Und das ist halt, ja, kann man sich dann den Rest auch vorstellen. Hat natürlich jetzt auch eine aktuelle Brisanz, weil in Florida passiert gerade Ähnliches. Genau. Da hatte ich gerade mit einem geschrieben, der ist jetzt seit mehreren Tagen ohne Strom. Also ich meine, gut, der ist jetzt bei sich zu Hause und so, aber da kommen sie auch nicht durch. Und da haben selbst die Hilfskräfte, da habe ich jetzt vorhin in den Nachrichten gesehen, die sind jetzt zu einem Altenheim vorgestoßen, die wirklich seit ewigen Tagen keinen Strom hatten, kein Wasser und sowas. Also da war teilweise auch schon, wo sie überlegt haben, wem geben sie jetzt noch was zu trinken? Ja, und wenn du dann noch solche Überlegungen treffen musst, krass. Ja. Ja, das hat jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, jetzt gerade das so rauszubringen hier, die Serie. Ja. Wenn das gerade so aktuell ist, aber ja. Also es gibt jetzt schon ein paar Tage, die Serie, ich glaube vielleicht auch schon seit zwei Wochen oder so, ich weiß es nicht genau, wann die gestartet ist. Also ich habe jetzt wie gesagt, es ist eine Miniserie mit acht Episoden, die ersten fünf sind die fünf Tage, also es gibt die erste Episode ist Tag eins und dann zwei, Tag zwei und dann eben die Aufräumen und Aufarbeitungsgeschichte sind dann die letzten Folgen. Aber du hast wirklich jede Folge, in den ersten Episoden ist ein Tag in diesem Krankenhaus. Und das ist schon beklemmend, aber auch extrem spannend. Also auch wie die Dynamik innerhalb dieses Krankenhauses dann funktioniert. Ja, ich vielleicht auch mal reingucken da. Ja. Wenn ich jetzt Apple TV Plus mir nochmal geholt habe, vielleicht läuft es nicht. Also von mir eine Serienempfehlung, obwohl ich sie noch nicht fertig habe, ist sie jetzt schon empfehlenswert. Okay. Wir haben noch einen Tipp bekommen, da bin ich mir aber, also er schreibt hier, es kam auf Twitter von dem Frank, Ed Frank Stohl, hat er mir geschrieben, Filmtipp, Enter Galactic von Netflix, aber ich glaube, das ist eine Serie, deswegen packe ich das mal hier mit rein. Das ist wohl so eine animierte Serie und ich weiß nicht, er hat nicht mehr dazu geschrieben. Ich habe es nur mal angeschaut, dass der visuelle Stil gefällt mir sehr. Allein von dem Bild her, von dem Netflix-Teaser-Bild, soll wohl eine Comedy-Serie sein. Aber er schreibt hier Filmtipp. Okay, vielleicht ist es doch ein Film, aber hier steht es ja. Gerade ist eine Fernsehserie steht hier. Okay, also das als Hinweis oder als Tipp, wo ich vielleicht mal reinschauen werde und ich werde mal reinschauen in die Serie The Old Man auf Disney Plus, die es jetzt seit ein paar Tagen gibt. Da spielt Jeff Bridges einen alten CIA-Agenten, der im Ruhestand von seiner Vergangenheit eingeholt wird und da sah der Trailer schon ziemlich geil aus, da werde ich dann auch mal reinschauen. Das nur mal so, jetzt ohne große Wertung hier. Ja. Dann sind wir auch schon bei den Musiktipps für unsere Playlist und hier kommt der Trenner. Ja, unsere Playlist auf Spotify heißt Kinocast Songs. Wenn ihr nur bei Kinocast habt, habt ihr die Podcasts auch und bei Kinocast Songs die dazugeredeten Songs, die ihr abonnieren könnt, kostenlos natürlich, wenn ihr Spotify habt. Von mir gibt es da jetzt mal, mir hat ja schon der Vorgängersong von Elton John und Dua Lipa hat ziemlich gut gefallen. Jetzt kommt Elton John mit Britney Spears Hold Me Closer. Finde ich auch ziemlich geil. So, jetzt gebe ich mal das Mikrofon weiter an die Kate, damit hier nicht wieder so eine Stille entsteht. Ich habe mir heute ausgeguckt, The Red Jumpsuit Apparatus mit Face Down. Ich habe aus dem schönen Film The Greatest Beer Run Ever einen Song rausgenommen. Ich habe mich gegen einen Song von Marilyn Manson, Marilyn Monroe entschieden. Ich habe von Crosby, Stills, Nash und Young, Carry On. Okay. Wow, cooler Song. Hat er einen guten Soundtrack, so wie so diese, in Anführungszeichen, Vietnam-Filme, wo ja immer sehr viel aus der Zeit so kam? Ja, also der Sound ist auf jeden Fall daran angelegt, klar. Okay, sehr schön. Guckt von euch eigentlich jemand Masked Singer? Nee. Nein. Okay. Naja, dann nicht. Ich habe nur gestern herzlich gelacht, als bei Twitter das aufgepumpt ist mit Masked Singer und irgendjemand wohl meinte, oh, der eine klingt wie Sebastian Vettel. Ja, klar. Also der tritt bei der Masked Singer auf, fliegt dann schnell wieder zurück zum Rennen. Nach Singapur vor allem. Nächstes Jahr vielleicht, weil da fährt er ja nicht mehr. Nee, nee, nee. Das ist auch, sowas macht der, glaube ich. Würde der auch gar nicht mitmachen, glaube ich. Da ist einer, der ist hinter einer Maske, wo ich gedacht hätte, ich hätte Giancosa erkannt. Ich weiß nicht, ob der gerade, der tourt ja auch, aber ich glaube, es hätte gerade so gepasst. Wer weiß, wer weiß. Ich habe voll oft schon gehört, dass der Masked Singer total gut ist. Das ist total gut. Aber ich hasse es, mit so vielen Werbeunterbrechungen was anzugucken. Deswegen, wir gucken meistens ein Stück so lange, dann abends, dann nehmen wir uns den Rest auf und haben jetzt vorhin quasi beim Frühstück den Rest und dann kannst du ja wirklich, die Netto-Spielzeit, die ist ja total, du spielst die ganze Werbung vor, und mit einmal hast du da nur 20 Minuten übrig. Ja. Genau. Ja, nee, kann ich echt empfehlen. Macht echt Spaß, da mitzuretseln. Und das Panel ist auch cool. Also Smudo ist diesmal im Panel. SMU.deo. SMU.deo, jawohl. und ja, die Ruth Moschner, die ist ja immer dabei, die hat ein unglaubliches Wissen und ja, und der dritte Platz, der wechselt immer mal. Da kommt immer mal jemand anderes mit dazu, ein Gast und so. Es macht echt Spaß. Kann man gut gucken. Okay. Weil wir gerade bei Musik waren, dann sind wir eigentlich durch für heute. Dann vielen Dank an alle, die uns auf den diversen Channels unterstützen, sei es nur über Patreon oder die immer mal auf Honig irgendwie ein bisschen was über den Zaun werfen und damit hier die ganze Show sie am Leben halten. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. 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 Kann ich jetzt... Der Kinocast. Er. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017